The Apprentice ist eine Kurzgeschichte von Elaine Cunningham. Sie wurde veröffentlicht im Star Wars Gamer Magazin und sie spielt zur selben Zeit wie Cunninghams Roman Janas Flucht im Original Dark Journey. Und damit meine ich, The Apprentice ist keine richtige Kurzgeschichte, sondern es war ein Kapitel aus dem Buch, das Del Rey sich dann entschlossen hat, rauszuschneiden und separat zu veröffentlichen. Warum auch immer, es ist unfassbar dämlich und es ist nochmal passiert mit Elysia, welches ein Kapitel im Roman Wege des Schicksals war. Dazu komme ich dann auch noch und das war genauso blöd. Also die wichtige Frage, kann man den Roman Janas Flucht lesen, ohne The Apprentice zu lesen, diese Kurzgeschichte? Verpasst man im Roman dann irgendwas? Nicht wirklich, es wird nochmal erklärt, ich muss jetzt mal ins Detail gehen, was die Story ist. Im Roman Janas Flucht gibt es diese ganze Sache, wo Jaina und Kip, die inzwischen zu Meister und Schüler geworden sind, daher der Titel The Apprentice, sie haben einen Gefangenen von Huppes entführt und wollen ihn zu einem Wissenschaftler auf einem Planeten namens Gelenor bringen, der sich halt ebenfalls im Huppes-System befindet. Und im Roman wird uns nicht gezeigt, wie sie den Gefangenen dahin bringen, aber uns wird das Nachspiel gezeigt. Jaina hat anscheinend sowohl ihrem Freund Lobaka, als auch anderen Leuten, die in dieser Einrichtung arbeiten, die Erinnerung gelöscht. Das wird uns im Roman so gesagt und wird das Nachspiel gezeigt. Und das hier ist jetzt, was sich in dieser ein, zwei Stunden Lücke innerhalb der Handlung ereignet hat. Und es ist auch wirklich ganz simpel, sie und Kip haben den Gefangenen halt in die Einrichtung reingebracht, zu diesem Wissenschaftler und dann beim Weg raus hat Kip Jaina beigebracht, wie man mit Hilfe der Macht Leuten die Erinnerung löscht. Und so endet auch die Kurzgeschichte auf tragische Weise, weil Jaina eben auch ihrem Freund Lobaka, der ihr ja vertraut, auch die Erinnerung löscht. Und die Kurzgeschichte beschäftigt sich eben genau wie der Roman mit Janas Konfrontation mit der dunklen Seite, was sie im Roman gegen Ende dann überwindet. Und das ist alles völlig in Ordnung. Es ist unfassbar dämlich, dass man das hier rausgestrichen hat, weil als alleinstehende Kurzgeschichte, ich glaube nicht, dass das Sinn ergibt für viele Leute, einfach weil hier nicht wirklich was erklärt wird. Und es beginnt auch ähnlich wie das Kapitel im Buch, aber geht dann eben in diese andere Richtung, die im Buch fehlt, dieses fehlende Kapitel eben. Es ist so seltsam. Es ist nicht schlecht, aber es ist blöd, das hier separat als Kurzgeschichte rauszubringen. Würde ich empfehlen, dass ihr es lest. Absolut. Wurde natürlich nie übersetzt, wurde auch nie im Scheiß-Taschenbuch mitveröffentlicht. Im Englischen zumindest. Das würde komplett Sinn machen, die Geschichte ist kurz. Und der Roman Dark Journey, Janas Flucht, ist ja auch nicht besonders lang. Damit nur noch der Hinweis, wo die Geschichte spielt. Im Roman Dark Journey, Janas Flucht, Kapitel 21, der dritte Absatz. Da redet Jaina mit Kip und Kip sagt, okay, wenn wir das, was auch immer jetzt machen, dürfen wir niemanden davon erzählen, also komm, bringen wir es hinter uns. Dann kommt der Absatz und dann steht da, Olobaka drehte sich um, wunderte sich, fühlte sich so an, als hätte er die Erinnerung an die letzten paar Stunden verloren. Und in dieser Lücke zwischen diesen zwei Szenen spielt The Apprentice. So müsst ihr es dann lesen. Aber ja, wie gesagt, eine blöde Veröffentlichung, aber eine gute Story und ich kann sie durchaus empfehlen.